Können wir mal bitte kurz über Roadhouse reden? Roadhouse! Ich muss bei dem Titel einfach immer an Family Guy denken. Worum geht's in dem Film? Ist vollkommen egal, hat keine Bedeutung, aber ich fasse es kurz zusammen. Jake Gyllenhaal wird als Türsteher in einem Roadhouse engagiert. Jedenfalls ist... Roadhouse! Jetzt schon seit einiger Zeit auf Platz 1 bei Amazon Prime. Und trotzdem bekommt der Film tatsächlich gemischte Bewertungen. Ich möchte an dieser Stelle auch nicht die neue Version mit dem Film von 1989 vergleichen. Da hat nämlich Patrick Tracy die Hauptrolle gespielt und jetzt macht es Jake Gyllenhaal. Und Jake Gyllenhaal in dem Film? Woo! Okay, wow, da muss selbst ich als Mann, also... Wie krass kann ein Mensch trainiert sein? Jake Gyllenhaal? Ja. Aber eben nicht nur das, sondern ich finde den als Schauspieler auch extrem geil. Er spielt die Rolle charmant, charismatisch, ganz selbstverständlich, locker. Ich stehe da drauf. Und an der Stelle müssen wir auch über Conor McGregor reden. Geil gespielt! Hätte ich niemals gedacht. Die Rolle ist total drüber, seine Performance ist total drüber, aber das passt einfach perfekt. Für die Leute, die ihn nicht kennen, er ist kein Schauspieler. Er ist eigentlich UFC-Fighter. Jedenfalls ist seine Performance so absurd, dass sie echt Spaß macht. Ich persönlich kann nicht verstehen, warum es keinen Kino-Release gab. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie die Fast & Furious-Franchise. Wenn man den zusammen mit ganz vielen Leuten im Kino guckt, ich glaube, das macht doppelt so viel Spaß. Ich finde die Musik in dem Film richtig gut. Die Kampf-Szenen sind absolut geil choreografiert. Wir haben ein richtig brutales Ende. Und ja, ich kann verstehen, dass das nicht für jeden ist. Wer eine deepe Story sucht, wer Rollen mit Tiefgang sucht, der muss leider sehr lange suchen. Das ist ein Fun-Film. Das ist ein Fun-Film, der sich selbst nicht ernst nimmt und dementsprechend muss man ihn auch gucken. Und sind wir mal ehrlich, auch wenn wir Fast & Furious gucken, da geht es ja nicht um die Geschichte. Wie viele Punkte gebe ich dem Film? Sieben Punkte. Sieben von zehn Punkten. Ich kenne aber auch Menschen, die den Film mit mir zusammen geguckt haben, die ihm zwei gegeben haben. Also, ist nicht für jeden was. Das ist ein Fun-Film.